So, das ist der Komposthaufen von Wetter Uli und da geht man schön auf Suche nach Rotwürmern zum Angeln. Achtung was jetzt passiert. So, hier, das sieht doch gut aus. Oh, schöne dicke Kerle. Das sind schöne Kerle. Oh, was denn jetzt? Ausgekippt? Ne, müssen da rein. So, was haben wir hier noch? Sind auch noch welche? Keine mehr da. Das sieht gut aus dort. Da bewegt es sich. Herrlich. So, das sieht gut aus.